ja leute das nächste heft gibt es in dünnwitz boros das ist diese riesige endlose mine falls da von euch schon mal jemand unten war da müsst ihr erst mal rein und ewig lang durchkämpfen bis ihr zu diesem minenschach kommt hier von ganz oben seht ihr da stehe ich schon bin ungefähr mittendrin dann läuft der ganz runter und gleich hier eine treppe rechts liegt dann das heft auf der werkbank unglaublich überwältigende geschichten das heißt ihr erleidet fünf prozent weniger schaden durch roboter dauerhaft ja leute weiterhin viel spaß mit fallout 4 und guten lud